Boah, ist das kalt. In diesem Video, vielleicht habt ihr es ja noch nicht gesehen, dann schaut es euch unbedingt an, fahre ich in den Wald mit dem Traktor, mit Heinz, mit Christian, mit meinem Sohn Max. Wir machen Holz. Und hier beim Holz machen, bitte nicht nachmachen. Arbeiten im Wald mit Kettensäge und mit Seilwinde ist gefährlich. Wir sind vier Männer, zwei davon sind Fachleute und wir wissen, was wir tun. Außerdem in diesem Video, wir untersuchen den Boden, probieren Regenwürmer, probieren die Erde, Brennholz sägen mit einer uralten Bandsäge und Experten über den Wald und über Peter Wohlleben. Und dann noch, die Jugend von heute, wo soll das bloß noch enden? Schaut in den Film rein und sagt eure Meinung.